Da sind wir wieder in einer neuen Runde, hoffentlich ziehe ich jetzt bessere Karten. Hoffentlich ziehe ich so gute Karten wie vorhin, dann ziehe ich nämlich wieder ab. Wie witzig, ja ich habe auch noch kein allzu pralle Deck. Allzu pralle Deck? Ja ich habe mir einfach nur irgendwas zusammengestellt bis jetzt. So ist es hin. Ja ich habe mir einfach das genommen, was äh, ne? Ja hätte ich meistens auch hier, ja. Aber ich weiß nicht, wo mein es ist. Ja, das ist natürlich bitter. Ist auch schon ein bisschen her, ne? Was nehmen wir denn da mal? Äh, nehmen wir mal, äh, den hier. Im Angriffmodus? Ja, den spiele ich doch nicht in Verteidigung. Wie sehe ich denn aus? Ja, ne? Ich gehe immer sehr offensiv zu Werke. Sehr offensiv zu Werke? Oh, jetzt kommt ich wieder mit dieser Scheiße an. Ah. Tö, 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 tö. Angleifen kann ich ja trotzdem nicht. Hm, 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 hm. Ich würde mir auch gerne eine Mucke im Hintergrund taufen lassen, aber die ist extremst laut. Nur so mal. Vielleicht für alle, die sich fragen, warum keine Mucke läuft. Für alle Leute, die sich denken, hm, hm. Ja, kann das sein. Warum läuft hier keine Mucke? Äh, was haben wir denn da noch so Schönes? Äh, kommt mal noch so einer. Hm. Was weiß denn noch so einer? Mit 1900. Ach so. Aber auch das hilft hier nicht weiter momentan. Nee, nicht ganz. Ja, mir leider auch nicht. Piu, 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 piu. Mhm. Wie bin der Peitsche gehauen. Piu, 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 piu. Ah, jetzt habe ich das vergessen, Scheiße. Das finde ich blöd. Egal. Das glaubst auch nur du. Fuck. Ich bin ja vorbereitet und so, ne? Au. Warum? Oh, scheiße. Was sind das denn für Karten? Äh, klappt das so? Ich hoffe. Wollte das nicht klappen. Weiß ich nicht. Janosch verbarrikadiert sich aus seiner Spielfeldhälfte. Ja, wieso? Geht doch. Du weißt ja nicht, was ich da drunter habe. Ne? Ich muss mal eben was testen, ob das so geht. Ne, geht nicht. Okay. Was wolltest du denn machen? Eine Flippeschwörung? Du, 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 ja. Aber das ging leider nicht. Das hat doch, das hat doch kein Flip-Effekt. Ne, ich war mir nicht ganz sicher. Ich war mir nicht ganz sicher. Der ist ja cool. Was kann der? Kannst du ja durchlesen. Muss ich dir jetzt noch noch Karten vorlesen? Ich kann dir jetzt noch mal auf die Flippschwörung. Ich kann dir auch noch mal auf die Flippschwörung. Ich kann dir auch noch mal auf die Flippschwörung. Ich kann dir auch noch mal auf die Flippschwörung. Aha, okay. Ich muss das Duell ja auch mal ein bisschen in die Länge treiben. Boah, da kommt mal noch so ein Gin. Guck mal nach, du Eiler. Ist ja süß. Oh, wie cool. Ich würde gerne mit der Karte den... Ah, ist ja auch egal. Äh, was haben wir denn da überhaupt? Äh, ja. Mal gucken, was passiert. Was hast du denn da noch so drunter? Was hast du denn da noch so drunter? Wahrscheinlich irgendwas total Behindertes. Hm. Ah, fast. Oh, sieh mal einer, guck. Sieh mal einer, guck. Die Mini-Elfen. Die Mini-Elfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja. Hab ich ja ganz vergessen. Hm, was könnte das wohl sein? Monster-Cut. Ah, guck mal eine an. Die kennen wir ja. Weg. Weg, weg, weg. Wut, 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 wut. Ja, ist ja gut. Das ist immer noch eine Monster-Karte. Nein. Ich hab schon wieder gezogen. Ja, klar. Jo. Das heißt, du kannst momentan gar keine Monster spielen, wenn du jetzt nichts siehst. Ne? Was kann ich, äh, nicht... Wenn du keinen Monster gezogen hast, kannst du nix spielen. Das ist richtig. Jetzt fängt der damit wieder an. Ich find die Karte irgendwie cool. Ich hab die auch drin. Und ich weiß noch nicht wo. Aha. Hm. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, was haben wir denn so noch? Hm? Hm? Na den Pisskäfer weg. Jaaaaa folgst du immer noch die Monsterkarte auf der Hand. Dankeschön. Gitteschön. Draw face. Standby face. Main phase 1. Ich würde auch sagen, wir würden nach den ganzen ersten Regeln spielen. Mit 2000 Lebenspunkten. Oh ja. Und nur einmal pro Runde angreifen. Das wäre was. Oh ja. Das wäre natürlich mega geil. Ein Monster weniger. Hm. Jetzt ziehe ich wieder nur Scheiße hier, ey. Momentan ziehst du ja gar nicht. Naja, aber gleich ziehe ich wieder Scheiße. Pass mal auf. Kann gut sein, ja. Du hast immer noch die Monster-Karte in der Hand. Nö. Doch. Die habe ich schon weggelegt. Kannst du nicht weglegen. Doch, bestimmt. Ich weiß, was die Karte macht. Boah. Dein scheiß schwarzer Stegosaurier oder was auch immer. Meine Güte. Ja, meine Güte. Was haben wir denn dann noch? Was ist das denn hier? Na egal. Machen wir trotzdem mal. Jetzt kommt der schon wieder. Ja, ich finde den cool. Ich mag den gar nicht. Aber er sagt kein Ding. Achso, ja. Ich muss uns ja mal wieder auf den gleichen Stand bringen. Oh ja. Du mit deinen bekloppten Fallenkarten immer, ne? Fallenkarten sind das taktische Nonplusultra. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Was können die denn? Du kannst im Spielzug in den Wiesel, wenn du keine anderen Monster beschwören. Aber du kannst Monster setzen. Aha. Interessant. Gut, wa? Interessant. Angriff mit dunkler Magie. Angriff mit was? Dunkler Magie. Zypere oder Zauberkonten fallen könnten, den Gegner kontrolliert. Aha. Auch schön. Geil, wa? Auch wundervoll. Also, wenn wir mal ein bisschen deinen Platz aufräumen. Krrrt. Ich hätte jetzt wohl gern mal wieder ein paar Karten in der Hand. Komisch. Warum? Was willst du mit Karten in der Hand? Verstehe ich gar nicht. Ganz toll. Bombenspielzug. Dankeschön. Selbst ich krieg irgendwann ein gutes Spielzug hin. Ist das so, ja? Ja, das ist so. Pass auf, wird noch besser. Wenn du jetzt irgendwas... Achso, jetzt kommst du. Ach, den hab ich auch. Ja, weiß ich. Dann würde ich sagen, äh... Du-du-du-du-du. 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 Ich hab gleich noch 50 Lebenspunkte, wenn ich richtig gezählt hab. Ja? Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, ich wollte erstmal angreifen und gucken, ob du irgendwas... Ja, 50. Hätte ich vielleicht noch eine Karte umdrehen müssen. Naja. Nicht so schlimm. Ich habe noch 50 Lebenspunkte, Jürgen. Was willst du eigentlich? Ich gewinne noch. Ganz sicher. Ja, ich muss jetzt nur die Bombenkarte ziehen. Schwarzes Loch. Kannst du, glaube ich, gar nicht setzen, oder? Weiß gar nicht, ist die verboten? Schwarzes Loch? Gute Frage. Also Raigeki ist verboten. Die wollte ich eigentlich hier reinsetzen, weil ich die in meinem Deck auch drin habe, aber... Raigeki entfernt alle Monster, oder? Wie war das? Ja. Also manche Verbote verstehe ich ja, aber manche verstehe ich irgendwie auch nicht. Was ich mir auch gerne machen würde, ist ein Toon-Deck. Ein Toon-Deck, ja. Kannst du dir ja ganz leicht zusammenbauen. Jawohl, nur Toon-World und den Inhaltsverzeiglässe und so zusammen. Ach so, die starke Befürchtung, dass ich jetzt verloren habe. Könnte natürlich sein. Könnte? Hast du davon noch einen? Eine Güte. Das gibt's ja nicht. Jetzt fahr ich mal eben alles auf, was ich kann. Nee, da bin ich gegen. Ja. Ach, schade. Na, dann nicht. Dann nicht. Muss ja nicht sein. Das finde ich unfair jetzt, ne? Hättest du mich auch noch eine Runde leben lassen können. Ich mag gar nicht sicher nix. Yay, gewonnen. Unfassbar. Aber knapp. Aber knapp, aber knapp. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war jetzt, glaube ich, noch eine einzelne Folge. Dann habe ich die andere drangeschnitten. Ja, die erste. Ja, genau. Das war jetzt die zweite Folge und wir sehen uns dann in der dritten Folge wieder. Ja, wenn ihr mit euch spielen wollt, schreibt uns eine Nachricht entweder in die Kommentare oder eine Privatnachricht, kurz PN. Ja, auf YouTube oder Facebook. Genau. Und ich würde sagen, das war's. Danke, dass ihr dabei wart und tschüss. Tschüss.